Flughafen Frankfurt, 15. November. Der erste Airbus des Typs A340, gerade angekommen von seinem Überführungsflug aus Toulouse. Die Lufthansa ist der erste Kunde, der von Airbus Industrie dieses Flugzeug übernimmt. Und das ist mehr als nur eine Formalie. Lufthansa hat 30.000 Ingenieurstunden in das neue Flugzeug investiert, zusätzlich zu den Arbeiten des Herstellers. In der Wartungshalle laufen die letzten Vorbereitungen für das Route-Proofing. Nach der technischen Erprobung hat der neue Airbus noch einen Test vor sich. Er muss seine Tauglichkeit unter Linienflugbedingungen nachweisen, in der Fachsprache eben Route-Proofing genannt. Morgen soll es losgehen und es bleibt wenig Zeit für all die Dinge, die so nebenbei erledigt werden müssen. Während in den nächsten drei Wochen das Route-Proofing läuft, werden bereits die bunten Werbeprospekte in Druck gehen. Die Kunden sollen möglichst bald im Bilde sein. Eine kleine Macke entdeckt der Lufthansa-Ingenieur. Die Staukästen in der ersten Klasse klappen mit Wucht nach oben. Die Gasdruckzylinder müssen alle ersetzt werden. Die Schutzleisten am Boden sind zu kurz geraten. Elektrische Drähte liegen frei. Aber Perfektion ist gefordert. Zwölf Stunden haben die Techniker Zeit, dann muss die Kabine tipptopp sein. Schließlich fliegen auf den Route-Proofing-Flügen handverlesene Gäste mit. Am nächsten Morgen, kurz nach 5 Uhr, Briefing für die Flugbekleider des neuen Airbus. Armin Mönch und sein Team haben in den letzten Monaten jede Menge Anregungen zu ihrem neuen Arbeitsplatz an Bord beigesteuert. Das hat Airbus-Industrie bei der Innenausstattung berücksichtigt. So, wir beginnen heute mit den Route-Proofing-Flügen. Sie wissen, dass das Zulassungsflüge sind. Die Passagiere sind auch übermiedet. Erstes Zusammentreffen mit der Cockpit-Besatzung. Neben den Lufthansa-Piloten gehören dazu auch vier Testpiloten von Airbus-Industrie. Sie haben noch das Kommando an Bord. Der Flugzeughersteller sorgt für die technische Einweisung. Erst dann geht der neue Airbus endgültig an die Lufthansa über. Da kommen auch schon die ersten Passagiere. Keine normalen Passagiere. Zum Route-Proofing hat die Lufthansa neben vielen Journalisten ihre besten Kunden eingeladen. Einige der sogenannten Vielflieger dürfen den A340 als erste testen und auf einem der 37 geplanten Flüge dabei sein. Richtung Startbahn West. Vor dem Airbus A340 liegen drei Wochen Einsatz in der Luft. Kreuz und quer durch Europa, dann nach Westen bis weit in den Pazifik und schließlich nach Südamerika. Fast 100.000 Kilometer, auch für unser Kamerateam. An einem düsteren Novembermorgen, Start zum ersten Ziel, Madrid. Für die Kurzweil an Bord wartet der Airbus mit einer Neuheit auf. Mit dem InSeed Video, also einem eigenen Videobildschirm für jeden Passagier der First und der Business Class. Der Kabinenchef der Pörser kann bis zu sechs Videoprogramme aufschalten. Doch auch das Wetter am Zielort und den Flugsteig für den Weiterflug wird man hier in Zukunft ablesen können. Die Satellitentechnik macht's möglich. Für die Passagiere der Touristenklasse gibt es vorerst nur einen Großmonitor, aber der streikte erst einmal beim Ausfahren. Landeanflug im Smog. Nach etwas mehr als zwei Stunden erreichen wir den Madrider Flughafen Varacas. Luftverschmutzung und Lärmbelästigung, dazu wird der neue Airbus weniger beitragen. Seine Emissionswerte gelten als die besten weltweit. Auch in die spanische Hauptstadt ist die Kunde von dem wahren Wundervogel gedrungen. Die Gateparty am Flughafen ist also gut besucht. Hier in Madrid nehmen die Lufthansa nun spanische Gäste an Bord für den Rückflug nach Deutschland. Das neue Flugzeug den Passagieren vorführen, das ist die eine Seite des Route-Profings. Doch auch die technischen Tests gehen noch weiter. Jeder Flug wird genutzt, um noch mehr Daten zu sammeln. Bis zu 20.000 Einzelinformationen können die tonnenschweren Messgeräte registrieren. Dafür muss Platz geschaffen werden. Im hinteren Teil des A340 wurden Sitzreihen abmontiert. Nächster Tag. Der Airbus ist wieder auf Achse. Im Hintergrund eine DC-10, ähnliches Modell, das die Lufthansa ausmustern will, für den neuen A340. Der Start. Jetzt ist er auch aus dieser Perspektive zu beobachten. Die Flugzeiten in Europa sind kurz. Wir nähern uns bereits Wien. Zehn Städte von London bis Istanbul werden in der ersten Woche angeflogen. Landung auf dem Flughafen Schwächert. Zwei Stunden Aufenthalt in der österreichischen Hauptstadt. Und großer Bahnhof auf dem Vorfeld. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Abissal Konfusion. Welche Tür denn nun? Leichte Turbulenzen am Boden. Auch die Herren Deutschmeistermusikanten wissen nicht so recht. Also doch vorne. Aber dann, Radezky Marsch. Europäische Ziele wird der Langstrecken Airbus gar nicht anfliegen. Doch die Lufthansa benutzt den A340 auch für gezielte Imagewerbung. Nicht nur pünktlich und sicher, auch flexibel und freundlich will man sein. Airbus Industrie hat ebenfalls Interessen in Österreich. Zwei große Fluggesellschaften liebäugeln mit dem A340. Die Lufthansa Flugkapitäne Karl Dorfmeister und Bernhard Neuber bewegt noch etwas anderes. Sie sind beide Österreicher und stolz auf das, was sie ihren Landsleuten da mitgebracht haben. Ein Traum geht in Erfüllung, wenn Sie 30 Jahre fliegen und dann am Ende, sage ich fast am Ende einer Fliegerkarriere, die Chance haben, als Flottenchef einer neuen Flugzeuggeneration sowas mitzuerleben, mitzuentwickeln, mit aus der Taufe zu heben. Eine halbe Stunde hinter Wien, auf dem Weg nach Brüssel. Der Bordcomputer geht ausnahmsweise mal seine eigenen Wege, pumpt plötzlich Kerosin in die Heckflosse. Auf dem Betankungsschema ganz unten angezeigt. Der Schwerpunkt des Flugzeugs verlagert sich nach hinten und das darf auf kurzen Flügen eigentlich nicht sein. Der zuständige Ingenieur der Lufthansa ist etwas ratlos. Ne, da sind die Spezialisten ja zuerst mal am suchen, wo eventuell der Fehler lag. Weil von der Zeit her hätte es nicht nach hinten gepumpt werden dürfen, aber es ging da ein paar hundert Kilogramm rein und die werden wohl rausfinden, an was es lag. Doch auch die Spezialisten von Airbus können den Fehler zunächst nicht finden. Da er rechtzeitig bemerkt wurde, ist das Kerosin bis zur Landung in Brüssel wieder in den Haupttank zurückgeflossen. Wartungsarbeiten also für das Bodenpersonal in Frankfurt. Nach jedem Tagesflug kehrt der Airbus auf die Lufthansa Werft zurück. Die ganze Nacht hindurch tüfteln und prüfen die Techniker. Die Triebwerke werden täglich inspiziert. Einer der Reifen hat in Istanbul etwas abbekommen und muss ausgewechselt werden. Das französische Hoheitszeichen am Heck bedeutet, das Flugzeug gehört offiziell noch dem Hersteller aus Toulouse. Lufthansa-Mitarbeiter dürfen erst Hand anlegen, wenn sie eingewiesen sind. Noch sind sie Zuschauer. Die Arbeit erledigen ihre Airbus-Kollegen. Peter Westphal und die Spezialisten für den Bordcomputer haben das Rätsel inzwischen gelöst. Da der Airbus zwischen Wien und Brüssel in einer für kurze Flüge relativ großen Höhe, 9000 Meter, flog, ging der Computer von einem langen Flug aus und pumpte das Kerosin um. Eine neue Computersoftware wird jetzt die Flugsicherheit gewährleisten. Ortswechsel. Lufthansa-Chef Koch Kurt Kemper steht vor großen Aufgaben. Diese Vorspeisen sind für den A340 Präsentationsflug nach Hawaii. Diese Essen wurden speziell zubereitet und ausgewählt wegen der 16-stündigen Flugzeit. Dürfen wir natürlich keine Mahlzeiten, die hochverderblich sind, mit anbieten. Zum Beispiel haben wir außer Wachs natürlich auch bodenständige Kost. Hier Kartoffelsalat, der ganz kurz angemacht wurde. Weitere Salate, alle nicht angemacht, um die Verderblichkeit so gering wie möglich zu halten. Jetzt geht's auf große Tour. Die glückliche Landung nach dem nächsten Start lässt fast 16 Stunden auf sich warten. Grüß dich. Wie geht's? Alles bestens. Vorbereitung für den längsten Passagierflug, den es bisher gab. Es ist der 21. November, 9.30 Uhr. Lufthansa-Flottenchef Karl Dorfmeister und Airbus-Testpilot Udo Günzel treffen sich mit ihren Kollegen beim Wetterdienst am Flughafen Frankfurt. Noch nie wurde Frankfurt Honolulu nonstop geflogen. Also genaues Kartenstudium auch für erfahrene Piloten. Dann geht's fast direkt die Richtung Fairbanks. Von dort aus geht's dann weiter über Fairbanks, an Fairbanks vorbei nach Anchorage. Das ist die Nord-150, ja. Wo ist die Station jetzt? Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, ja. Das ist hier unten, ziemlich weit im Süden. Die Wetteraussichten für den Pazifik sind nicht gerade berauschend. Mein lieber Mann, da drin ist Turbulenz. Im Bordgepäck ist dieses Mal auch medizinisches Gerät. Die körperliche Belastung für die Piloten auf extremen Langstrecken soll aufgezeichnet und später im Labor ausgewertet werden. Ein Bioingenieur erklärt das sogenannte Schlaftagebuch, das die Piloten führen müssen. Über Schlaf, Arbeitszeit und Ruhepausen soll es Auskunft geben. Ortszeit 11.50 Uhr, Start in Frankfurt. Der Airbus hat 140.000 Liter Kerosin in den Tragflächen und ein Abfluggewicht von 255 Tonnen. In der Luft wird auch Karl Dorfmeister verkabelt. Bei ihm werden zusätzlich die Hirnströme gemessen. Über Dänemark führt die Flugrude immer weiter nach Norden. Bei Trondheim in Norwegen geht die Sonne unter, obwohl es erst 13 Uhr ist. Der Airbus fliegt in die Polarnacht. In der Bordküche der sogenannten Galley geht es jetzt hoch her. Und Chefkoch Kurt Kemper ist ganz in seinem Element. Die Lufthansa will hier gleichzeitig einen neuen Business Class Service vorstellen. Die Speisen werden vorgelegt, Porzellan ist selbstverständlich. Die Business Class Passagiere bringen das meiste Geld und werden besonders umworben. Wie gut, dass die Multiplikatoren, sprich Journalisten, gleich mit an Bord sind. Nach knapp sechs Stunden Flug, der Airbus nähert sich dem Nordpol. Gespannte Erwartung auch im Cockpit. Das ist noch 2,5 Meilen oder 4 Kilometer bis zum Pol. Wie werden wohl die neuen, vollautomatisierten Navigationsgeräte reagieren, wenn es plötzlich in alle Richtungen nach Süden geht? Und wir sind genau drüber jetzt. Jetzt im Augenblick sind wir genau drüber. Der Kompass hat sich nicht irritieren lassen auf seinem Weg Richtung Hawaii. Die Sonne geht wieder auf und es ist immer noch Mittagszeit. Über den Eiswüsten von Alaska am Boden herrschen jetzt mit minus 50 Grad Celsius kältere Temperaturen als in 13 Kilometern Flughöhe. Die letzten Stunden des Fluges gehen bekanntlich am langsamsten vorbei. Die einen spielen Karten, zur Freude der anderen funktioniert endlich der Videomonitor in der Touristenklasse. Nach 15 Stunden, 28 Minuten und mehr als 12.000 Kilometern Honolulu Airport kommt in Sicht. Die befürchteten Turbulenzen über dem Pazifik sind ausgeblieben. Der längste Passagierflug aller Zeiten ist am Ziel. Noch 19 Tonnen Kerosin sind an Bord. Das würde für einen Weiterflug fast bis nach Tahiti reichen. Der Radioalte wird das gut abgelehnt, ne? 50, 40, 30, 20, retard, 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 retard. Ortszeit 16.18 Uhr und immer noch der 21. November. In Deutschland ist schon der nächste Tag angebrochen. Der erste Airbus, so weit im Westen, mitten im Reich der amerikanischen Flugzeughersteller. Boeing und McDonnell Douglas heißen die Platzhirsche hier. Und sie fürchten den neuen Konkurrenten aus Europa, der technisch überlegen ist und wirtschaftlicher fliegen kann. Nach fast 16 Stunden Flug und 11 Stunden Zeitverschiebung leidet auch mal die Muskelkraft. Es gibt doch Bier auf Hawaii. Drinnen hat die Gateparty bereits begonnen. Begrüßungszeremoniell nach Landesart. Für den Airbus-Präsidenten Jean-Pierre Saint ist es keine Vergnügungsreise. Hier geht's ums Geschäft. Der wichtigste Absatzmarkt für Flugzeuge ist die Region Asien-Pazifik. Und dort entscheidet sich auch das Schicksal von Airbus-Industrie. Am Abend Cocktailparty im Hotel. Passagiere und Crewmitglieder brauchen Stehvermögen. Die innere Uhr zeigt schon den nächsten Morgen an. Die Nacht ist kurz und wecken schon vor Sonnenaufgang. So bleibt nur ein flüchtiger Eindruck vom Urlaubsparadies. Sich bei ruhigem Flugwetter eine Zigarre im Cockpit gönnen, das gehört zu den Ritualen des Flottenchefs. Der Flug von Honolulu nach Los Angeles verläuft komplikationslos. Zeit, über sich und das neue Hightech-Flugzeug nachzudenken. Für uns ist der Computer ein Mittel zum Zweck. Er ist ein Handwerkzeug, das wir gezielt einsetzen, um sicherer zu fliegen, um präziser zu fliegen und um kundenfreundlicher zu fliegen. Und so muss man das sehen. Der Pilot ist heute mehr denn je ein Manager von Systemen. Er setzt gezielt ein. Und trotz alledem muss er immer noch die Fähigkeiten haben, die der Pilot früher hatte. Er muss immer noch die manuellen Fähigkeiten haben, er muss immer noch Dinge schnell entscheiden, präzise entscheiden. Also im Klartext heißt Mensch-Maschine, Mensch-Computer, Pilot-Computer in einer idealen Sympose, wo der Mensch die Oberhand hat. Das ist das, was wir hier haben und das ist das, was wir glauben, im 340 besonders gut verwirklicht zu sehen. Das heißt also, der Computer entlastet Sie und Sie nutzen diese Entlastung, um besser zu fliegen. So ist es. Der Computer kann Routinearbeiten besser leisten als wir. Wir könnten sie auch, wir müssen uns aber wahnsinnig konzentrieren, zum Beispiel Höhe halten, zum Beispiel Kurs halten. Das kann der Computer viel besser. Wir überwachen ihn, wir geben ihm Anweisungen, wir programmieren ihn. Und diese Art zu fliegen ist eben eine sehr komfortable. Die erlaubt uns 15, 16 Stunden zu fliegen, die erlaubt uns in Phasen einer geringeren Arbeitsbelastung relaxed zu sein. Aber dann, wenn es ankommt, wenn ein Fehler passiert, wenn ein Ereignis wie schlechtes Wetter auf uns trifft, dann sind wir voll konzentriert und sind in der Lage, mit dieser Mensch-Maschine-Systematik gut umzugehen. Dieser Flug hat die Piloten nicht sehr beansprucht. Nach vier Stunden landen wir in Los Angeles. Zum Empfang steht fast die gesamte deutsche Gemeinde bereit. Auch für weitgereiste Flugkapitäne ein seltener Anblick. Während Crew und Passagiere sich zur Gateparty begeben, weist der Verlademeister der Lufthansa das amerikanische Bodenpersonal ein. Probleme gibt es mit dem Verladen der Container, weil der A340 nicht ganz waagrecht steht. Was als schnittiges Design gedacht war, schafft jetzt zusätzlich Arbeit. Zwei Tage später und dreieinhalbtausend Kilometer weiter östlich. Der Airbus A340 beschleunigt auf der Startbahn des John F. Kennedy Flughafens in New York. Ein nicht ganz alltäglicher Demonstrationsflug steht bevor. Airbus-Testpilot Udo Günzel hat das Steuer übernommen und fliegt in nur 300 Metern Höhe an Manhattan vorbei. Der fast 200 Tonnen schwere Airbus bleibt selbst in so niedriger Höhe manövrierfähig. Rückflug nach Frankfurt. Diese Herren hier haben Dienst frei. Der erste Langstreckenumlauf geht zu Ende. In diesem ambulanten Labor wird das letzte medizinische Testmaterial zusammengetragen. Jetzt kann lückenlos dokumentiert werden, wie die Piloten die letzten 90 Stunden körperlich verkraftet haben. Wir versuchen mit Hilfe eines sogenannten Schlaftagebuchs und mit einem Aktometer die Schlafqualität und Schlafdauer der Piloten zu erfassen. Das Aktometer können Sie hier sehen. Damit kann man alle Bewegungen und Drehungen vor allen Dingen während des Schlafes aufzeichnen. So, wir sehen hier die Aktivitätsdaten. Hier unten ist immer die Uhrzeit dargestellt. Am 19.11. wurde das Gerät programmiert und einen Tag später in Frankfurt angelegt. Man kann hier schon sehen, Aktivitätsphasen, Schlaf. Hier ist der lange Flug nach Honolulu, also eine sehr lange Aktivitätsphase. Und hier unten, der Schlaf dann in Honolulu, kann man sehr gut die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Honolulu sehen. La Paz in Bolivien, 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Die höchstgelegene Großstadt der Erde. Die extrem dünne Luft macht nicht nur den Menschen zu schaffen. Auch für die Fliegerei gelten andere Gesetze. 29.11. Flughafen El Alto auf einer Hochfläche über La Paz gelegen. Der Airbus A340 muss hier noch einen technischen Test bestehen. Starten auf hochgelegenen Plätzen steht auf dem Programm. Gut abgeschirmt von der staatlichen Ordnungsmacht müssen alle Passagiere den Airbus verlassen. Denn Erfahrungswerte für Starts in dünner Luft gibt es bisher nur aus dem Simulator. Dass die Praxis mitunter ein bisschen anders aussieht, hat die Maschine schon beim Anflug auf La Paz gezeigt. Sie hat sich so verhalten, wie es vorher ausgerechnet war, aber es ist doch eine andere Art zu landen. Es bedarf einer gewissen Gewöhnung. Was ist denn der Unterschied zu den Starts in den Landungen im Flachland? Die Maschine ist etwas schloppier, wie man auf Englisch sagt. Ja, etwas weicher in allen Ruderwirkungen. Um gleichzeitig den Notfall zu testen, wird beim Start das äußere rechte Triebwerk ausgeschaltet. Selbst bei einem Ausfall muss das Flugzeug noch abheben können. Beim ersten Start braucht der Airbus fast die gesamte Betonpiste von vier Kilometern Länge. Beim zweiten Start, so ist es vorgeschrieben, wird der Triebwerksschub erhöht. Das Flugzeug soll auch mit weniger Startbahn zurechtkommen. Der Abhebepunkt kommt jetzt zwar früher, Symmetrie zwischen den drei intakten und dem einen ausgeschalteten Triebwerk wird größer. Und tatsächlich zieht der Airbus stark nach rechts, doch der Pilot kann ihn sofort abfangen und die Flutlage stabilisieren. Test bestanden. Drei Tage später, inzwischen in Frankfurt zurück, geht es wieder Richtung Südamerika. Nachtflug nach Buenos Aires und Rio de Janeiro. Für das Wohlbefinden an Bord gibt es im Airbus A340 etwas ganz Neues. Jedes Abteil hat eine separate Klimaanlage. Auch in der oft vollbesetzten Touristenklasse. Angenehme Temperaturen und die richtige Luftfeuchtigkeit. Wenn die Crew ausspannt, steigt sie in einen eigenen Schlafcontainer, unterhalb der Kabine im Laderaum. 15 Stunden Flüge schlauchen und Ruhezeiten sind Pflicht. Arbeitsbedingungen, die den Flugbegleiter in den Dienst erträglicher machen. Ausgeruht ist vielleicht übertrieben, das eigene Bett ist einem immer lieber. Aber man kann ruhen und man schläft auch mit Sicherheit. Nicht so tief und fest, aber es geht gut. Bei 15 Stunden Flugzeit, die dieses Flugzeug in der Luft sein kann, ist es absolut notwendig, dass man sich auch mal lang macht. Jeder Passagier wird das gleiche empfinden, der auf diesem Flugzeug ist. Und ich glaube, der Crew, die zusätzlich noch arbeiten muss, sollte es auch genehmigt sein, sich mal die Beine auszustrecken. Die Beine gut auszustrecken, können auch die zehn Passagiere der ersten Klasse in einer besonders geräumigen Kabine. Für die 48 Fluggäste der Business Class bleibt ebenfalls Bewegungsspielraum, ohne gleich anzuecken. Die meiste Kondition, wer hätte es bezweifelt, wird den 170 Reisenden abverlangt, die Touristenklasse gebucht haben. Für die Mittelsitze gibt es jetzt aber doppelte Armlehnen. Der Airbus nähert sich seinem letzten Reiseziel, Rio de Janeiro. Ab Frühjahr 1990 wird er die Strecken im normalen Liniendienst befliegen. Dass der 100 Millilie Vogel ein Erfolg wird, davon sind Lufthansa und Airbus Industrie überzeugt. Der Airbus A340 ist der erste europäische Langstreckenjet am Himmel über den fünf Kontinenten. Und diese Kontinente sind sich noch ein Stückchen näher gekommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020